Was würdest du als Trainer tragen? Trainingsanzug oder Zut mit Krawatte? Ich würde den Anzug mit Krawatte tragen. 50 Cent oder Eminem? Lieber geliebt oder respektiert? Respektiert. Was ist dein größter Traum? Profibodyballer zu werten. Wer ist der begabtestste Spieler, mit dem du je zusammengespielt hast? Das bist du. Danke. Hund oder Katze? Und warum? Hund ist einfach besser. Ganz einfach. Merkurist oder Tageszeitung? Ganz klar, Merkurist. Bei welchem Essen kannst du nicht widerstehen? Ganz viel, glaube ich. Alles was gut schmeckt. Wer war dein Held in der Kindheit? Michael Jordan. Alles gut. Chiba oder Leon? Weißt du, wer Chiba ist? Nee, klar. Ah, Leon. Wer ist stärker? Chrislybär oder Krokodil? Chrisly. Wo siehst du dich in 30 Jahren? 30 Jahren? Schwierig. Seh ich mich im Moment noch gar nicht. Wann bist du? 40. Ja. Und ich hoffe, dass ich irgendeinen guten Job verdiene. Ich verdiene gutes Geld. Rena. Ja. Battle time. Are you ready? Eine, Frau. Wann ist er? Ah! Oh! 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 Ah! 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 Zwei Jones. Ah! Dein Kevin, ab asked er die Hände. Die Hände. Wann? Ah! 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 Oh, das war überall. Bitte nachvoll. Aber man kann sich zusammenreißen. Es geht, es geht. Ich muss zwar lachen, aber... Es geht, es geht, es geht. Es geht, es geht, es geht, es geht. Gut, Jungs, das war's. Ihr habt euch gut beherschen können. Share this video!